Die Ampel jetzt auf Rölen und jetzt ist die Ampel aus und der Start ist verfolgt. Die Nummer 54, die Boat aus England hat sich an die Spitze gesetzt, der fährt eine Suzuki, im englischen Suzuki-Werksteam. In England heißt das Ganze noch Short-Trek, ist aber eine neue Variante, die auf Spitzebahnen in England gewartet wird. Die Ampel aus England ist eine neue Variante, die auf Spiegelbahnen in England gewartet wird.